Zehn, eins, fünf, sieben. So, und jetzt hat es wieder nicht beruhigt. Alter. Cobblestone. Oh, ist denn eine scheiß Festung, Alter? Mah, wie select. Oh, ist. So, wenn wir uns gehen, wir müssen uns hören. Alter. Halt es jetzt, als ich mit den Spenden bin, Alter. Lass mich jetzt erst mal reden, Alter. Boah, Mann, so kann man doch bestimmt keine AP farmen, oder? Alter, alter, der Scheiße. Komm schon, wenn du dich jetzt nicht beruhigst, Alter. Boah. Boah. Brrrr. Brrrr. So. Nein, nicht so. Halt, stopp. Zombies sind doch, gegen Zombies kann man kämpfen mit 20 FPS. Komm her, Zombie. Ich versuch's. Alter, Minecraft kriegt gleich Probleme mit mir, Mann. Komm, mach, schaffig. Noll. Was denn? Komm, ein FPS, und ein Zombie steht hinter mir. So. Komm, jetzt. Ach, Mann. Oh, Mann. Dich fickt mich. Noll, da hat Zombie Eisenheim geploppt. Nein, ein Skelett ist gar nicht gut. Fittig Skelett. Zwei Skelette auf einmal, glaube ich, sogar. Boah, Alter. Komm, ja, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder nicht. Gut. Ich will doch bloß noch kurz Level 30 haben, bitte. Ja, wenn ich dann mein Schwert entscheidet hab, machen wir Schluss, okay. Okay. Och, Mops. Okay, jetzt ist es erst mit der Nacht. Kommt doch, scheiß Monsters. Fuck, warum spawnen keine neuen? Mann, ist man keine Monster. Boah, das ist doch katschös. Skelett. Creeper. Boah, hoffentlich lass es jetzt bitte nicht lägen. Alter Scheiß, das ist eine Spinne. Kannst du ja das Creeper eigentlich nicht mehr so schnell sehen. Hallo, Creeper. Komm. Komm doch, Creeper. Dreh dich, ja, dreh dich. Sehr gut. Oh, scheiße, Digga. Mit diesen Legs kann man nicht gegen Creeper kämpfen. Skelett und Zombie. Sehr gut. Hat er schon wieder ein Skelett. Da ist der Zombie. Die Leute, ich habe ich's. Skelett. Spinni. Oh ja, Zombie. Komm, Skelett. Du bist jetzt mit der Läste, äh, Level 30. Komm bitte. Oh, so knapp. Mo. Komm. Noch ein paar Ops. Fuck. Wändest du mir was entstanden, wenn ich dafür dir die Partilie anzugeben? Nö. Ich mag erst mal, hier steht, was ich verzaubert. mal ein Tief ein Viech noch kommt ein Viech noch Skelett Ruhler 30 ich habe genug Diamanten ja leckleckleckleck jetzt ab zum Entschappen was hast du jetzt verzaubert ja ich verzauber gerade noch ich bin noch nicht da ja die erschwert Level 30 Schärfe 3 Verbrennung 2 ich bin ja es gibt Besseres aber so nicht schlecht gut erledigt auch zurück und dann würde ich sagen Mauer schluss oder ja ich mach noch kurz jedes Weizen hast du ehm Lohn geholt gefunden ne ich hab keine Netherfestung gekauft ach fuck Kika gut Mop-Trop er hat gehofft hier oben drückt wollen wir nicht oder es kann nach draußen um nein es kommt auch vor Prozent der Zeuge dann würde ich sagen mit einen kleinen Blick Platz aber nicht einer Flüchtlinge gucken ich gucke noch ganz kurz und dann ins Lernke was soll er ich kann wo ich ja kann es sein n dann noch so glücklich was denn ja noch überraschung das dauert nicht so lange wo ich noch mal komisch dass er noch nichts gespontes Versticht vielleicht auch wenn schon länger aktiv n und jetzt kommt es kommen wieder die Schwerer kommen machen wir schluss kannst du auch das nächste mal machen ne kannst du auch das nächste mal machen brauchen 8 Slime Boys nur 8 mann Slime's aber dann bräuchte ich dann später noch eine Etage drunter oder nacht keine Kunde